Wow, Montag. 5. Mai 2021. Das Jahr der guten Öl. Also, worum geht's? Ich mache mir heute Thymianöl. Wie denn, Onkel, wie machst du denn Thymianöl? Na, ganz einfach. Du benimmst einfach deinen Blender. Hast du eine gute Handvoll Thymian rein? Zwei Euro beim Pirkischen Onkel im Großhandel, ja. Hilfst doch ja nicht. Thymianöl ist sehr gesund. Jetzt muss laut Deckel drauf. Der Blender hat sich mehr um die Hälfte verringert. Dieser Blender ist mein Freund. Guck mal, ganz fein, ganz muffmuff. Hier ist diese Flaschen hier so beim Stockardasch. Entweder das Olivenöl drin oder ein guter Essay. Ich mach mir ja nicht, dass die Arbeit und friemle da die Etiketten ab. Die verstopfen nur unnötig. Die verstopfen nur unnötig. Die verstopfen nur unnötig. So, Krichter. Puder rein. Es ist immer gut, wenn man eine Nadel irgendwo in der Nähe hat. Dann kann ich hier schön das Öl durchstopfen. Es dauert eine Weile, ich quäl mich gleich.